So, hallo, ah, sorry, wir waren ein bisschen abgelenkt gerade. Wir sind immer noch bei B&K, hier vom riesen LED-Screen, den haben wir zwar augenblicklich noch nicht im Programm, aber ich bin mir recht sicher, dass das bald kommt, wenn ich mir diese Bilder allein angucke. Erzähl uns noch ein bisschen was darüber, Andreas. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist ein 6mm Indoor-Screen, 6mm Pitch, Abstand von LED zu LED. Heißt, per Faustformel nach 6m Abstand sieht man ein richtig gutes Bild. Er ist richtig schön hell, ist ein Plug-and-Play-System, einfach aufzubauen und dann gibt man nachher nur noch ein DVI-Signal drauf und die Nummer spielt. Also du kannst im Prinzip einfach einen Computer anschließen, einen DVD-Player, was auch immer, also wenn er einen entsprechenden Ausgang hat. Ganz genau. Du brauchst einfach, wie gesagt, alles, was über das DVI kommt, wird hier drauf gezeigt. Du kannst dann mit dem Prozessor, der dabei ist, noch einstellen, X und Y, also wo auf deinem Monitor das starten soll, was er übertragen soll. Dann könntest du theoretisch, wenn du es günstig machen willst, PC dran und einfach Winamp, irgendwas in die Richtung schieben, großziehen und da zeigen. Wenn man es dann ein bisschen professioneller noch machen möchte, kann man dann zum Beispiel ein Image Pro oder ein Analog Way Smart VU nehmen. Das sind so Konferenzgeräte, mit denen man dann 5 Quellen umschalten kann oder natürlich Green Hippo. Green Hippo? Ja, das sind Medien-Server. Sprich, da macht man es richtig professionell, da kann man dann mappen, man kann zig Screens ansteuern, man kann dann eben mit Video spielen. Also das ist praktisch die professionelle Version des VJs, wenn man so will. Okay, also man könnte auch mehrere Screens dann entsprechend kombinieren und also riesig werden damit. Wow. Wie ist das mit dem Transport? Also wie dick ist sowas zum Beispiel? Also interessiert mich als Laien jetzt. Also die sind grundsätzlich, Panels sind immer 50 oder 50 Zentimeter, die kommen bei uns auch fertig, werden im Case ausgeliefert, als Tourpack sozusagen. Die Panels sind nicht sonderlich dick, also die Platte selbst hat irgendwie 2 Zentimeter und das ganze Modul ist dann circa, ja, also ich müsste jetzt auch schätzen, ich gucke da gerade drüber, weil da steht eins. Das sind etwa, ich würde sagen, 8 Zentimeter um den Dreh und ein Modul wiegt 8 Kilo. Also ist nicht wirklich groß und schwer. Ja cool, also ich hoffe, Fabian, du entschuldigst uns ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen gucken, ja? Bis später.